Es war ein sonniger Nachmittag, als das Leben der kleinen Sophia für immer verändert wurde. Sie saß auf dem Rücksitz des Autos, ihre Lieblingspuppe fest umklammert, als plötzlich ein lauter Knall die Welt um sie herum erschütterte. Das Auto kam ins Schleudern, Glas zersplitterte und das Kreischen von Metall schnitt durch die Luft. Dann war es plötzlich still. Als Sophia ihre Augen öffnete, spürte sie einen stechenden Schmerz in ihrem Bein. Sie sah ihre Mutter auf dem Fahrersitz. Sie lag regungslos, ihr Kopf auf das Lenkrad gesunken. Panik stieg in Sophia auf und sie rief verzweifelt nach ihrer Mutter, doch es kam keine Antwort. Wenige Minuten später trafen die Rettungskräfte ein und einer der Polizisten, Thomas, kniete sich zu Sophia hinunter. Er sprach mit sanfter Stimme und versuchte sie zu beruhigen. Alles wird gut, Kleine. Wir sind hier, um dir zu helfen. Doch als er einen kurzen Blick auf Sophias Mutter warf, wusste er, dass das Mädchen seine Worte bald als Lüge erkennen würde. Sophia wurde ins Krankenhaus gebracht, wo sie wegen ihrer Verletzungen behandelt wurde. Währenddessen kamen die traurigen Neuigkeiten. Ihre Mutter hatte den Unfall nicht überlebt. Als Thomas die Nachricht überbrachte, brach das kleine Mädchen in Tränen aus und schluchzte so laut, dass es jedem im Raum das Herz brach. In den darauffolgenden Tagen besuchte Thomas Sophia jeden Tag im Krankenhaus. Er konnte einfach nicht aufhören, an sie zu denken. Das verängstigte kleine Mädchen mit den großen braunen Augen, die jetzt niemanden mehr auf dieser Welt hatte. Er erfuhr, dass Sophias Vater nie in ihrem Leben gewesen war und dass es keine anderen nahen Verwandten gab, die sich um sie kümmern könnten. Ohne lange nachzudenken, traf Thomas eine Entscheidung, die sein Leben für immer verändern würde. Er sprach mit den zuständigen Behörden und beantragte, Sophia zu adoptieren. Als er ihr schließlich im Krankenhaus sagte, Wie würdest du es finden, wenn du bei mir ein neues Zuhause findest? Schlang Sophia ihre kleinen Arme um seinen Hals und begann wieder zu weinen. Die nächsten Monate waren für beide nicht leicht. Sophia vermisste ihre Mutter jeden Tag und es gab Nächte, in denen sie sich einfach an Thomas klammerte und ihn fragte, warum das alles passiert sei. Doch Thomas war immer an ihrer Seite, hielt sie fest und erzählte ihr, dass es in Ordnung sei, traurig zu sein. Gemeinsam fanden sie einen Weg, die Trauer zu bewältigen und aus dem Schmerz entstand langsam eine tiefe Bindung. Thomas hatte niemals vorgehabt, Vater zu werden, doch Sophia brachte eine Liebe und Fürsorge in sein Leben, die er nie für möglich gehalten hatte. Und obwohl die Narben des Unfalls für immer bleiben würden, fanden sie beide neuen Mut und schrieben ein neues Kapitel. Eines, das sie nicht geplant hatten, aber eines, das ihnen beiden zeigte, dass auch aus der größten Tragödie etwas Gutes entstehen kann. Eines, das sie nicht geben kann. Vielen Dank.